Wait, hold on. Can I... Can I please ask you for one last request? Oh, you got me, Max. How can I deny that face? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. Irgendwie müssen wir jetzt gucken, dass David es schafft, den zu über... Musik vielleicht? Nee, dann... Ach ja, doch, dann hört er es vielleicht nicht. Können Sie bitte zumindest ein bisschen Musik spielen, damit ich wegfliehen kann? Selbst am Ende bist du noch ein Träger, Max. Das ist eine schöne Träger. So, na gut, dann werde ich aber direkt gedost, oder? Was? Besser? Kann ich irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Okay. Tja, Licht ausbringt jetzt nicht so viel, also es warten halt eben auch nicht. Ähm, vielleicht noch ein Foto. Ähm, vielleicht noch ein Foto. Ich versuche, dass diese Dose finalen nicht schmerzen wird. Okay. Das bringt aber wohl auch nichts, oder? Okay. Das wäre eine Flasche. Okay. Auch nicht. Stirb doch nicht so schnell. Was haben wir denn sonst noch? Ah. Dann zieht er mal bitte dran. Oh lord, Max. Du bist okay? Du bist okay? Kannst du move? Ja. Danke, David. Danke. 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 Alles klar, dann schauen wir doch mal. Bist du okay? Schau mal diesen Ort. Es fühlt sich wie hell. Jefferson war... was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, nein. Ich habe immer das Scheiße ausgesprochen. Ich habe nie das. Bis zu lange. Du solltest nicht ausgesprochen, dass dein Lehrer. Er war nicht ein Lehrer. Er war nur ein Lehrer. Er wollte nur ein Lehrer. Das war ein Teil von seinen Schmerzen. Ich war nicht überraschend, als du Nathan verabschiedst. Ich dachte, das auch. Und Max... Ich habe die Kate als Scheiße behandelt. Ich weiß, dass sie eine gute Person ist. Aber ich bin nicht. Ich hoffe, dass ich sie so erzähle. Ich auch. Ich glaube, das würde sie sehr glücklich machen. Ich weiß nicht. Ich habe Prinz. Ich habe gesagt, dass Nathan eine Schmerzen hatte. Und es hat fast benutzt. Aber er wollte mich nicht glauben glauben. Ich sollte mich besser sein. Wir machen alle Entscheidungen. Aber ich muss sagen, dass ich dich empfiehlt. Und Chloe. Und deine Investition. Ich hatte alle die High-Tech-Täck-Täck-Täck-Täck-Täck-Täck-Täck. Ich werde nicht machen. Ich versuche, dass ich ein guter Soldaten bin. Ich versuche, dass ich ein guter Soldaten bin. Aber ich war nicht so großartig. Ich versuche, dass ich ein guter Vater, auch. Aber... ... als Joyce mich ausgesucht hat... ... ich hatte nichts. Ich versuche, dass ich mich ausgesucht habe. Ich versuche, dass ich mich ausgesucht habe. Ich weiß das Gefühl. Es ist zu viel. Ich werde sagen, Joyce, dass ich falsch war über dich. Sie lieben dich. Es ist ziemlich klar. Ich versuche, nicht zu nutzen. Ich versuche, aber... ... es schwer zu kommen nach Hause nach Krieg. Ich versuche, dass ich mich ausgesucht habe. Ich versuche, Joyce. Sie hat mir eine Hoffnung. Eine neue Leben. Und du hast mich ausgesucht. Chloe... ... sie... ... sie wird stolz von dir. Ich wollte nur sie sehen, mit ihrer Mutter. Ich versuche, Joyce, dass ich eine Familie verheirte. Ich versuche, Joyce, dass ich eine Familie verheirte. Ich versuche, mit Chloe. Ich versuche, Chloe. Ich will nicht sie mich als Vater nennen, aber... ... sie wird mich als Stepdouche nennen. Also, wo ist Chloe? David... ... sie war ziemlich stressig. Also, um... ... sie wollte, um... ... um... ... medikate... ... bevor ich hier bin. Also... ... sie ist okay. Oh, danke Gott. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, Chloe ist eine Stoner. David... ... ich muss rausgehen und holen. ... und benutzen meine Telefon. Natürlich. Geh mal, Max. Du bist ein wunderschön. Ich bin glücklich, Chloe hat einen besten Freund wie du. Geh jetzt. Du hast genug von diesem Raum gesehen. Ja, ich denk's auch besser. Ich bin glücklich. Lass uns sehen, welchen Foto-Evidenz du... ... all diesen Computer schraubst. Du wirst nicht weg mit dem, Jefferson. Oh... Ich will alle diese Fotos brennen. Kannst du ja eigentlich mal machen. Ich liebe mich, so zu sehen. Du bist gebrochen, Jefferson. Ich glaube, das würde jeder. Ja. Jefferson hat alles gebrochen. Jetzt nur die Fotos, die ich bekommen kann, ist das, was Warren hat. Oh... Das ist die Bracel Victoria. Ich glaube, Jefferson wird das benutzen, um zu schrauben Nathan. Ich kann trotzdem fühlen die Strasse. Stopp, Max. Du bist frei. Mhm. Okay. Was haben wir denn da noch? Äh, Klebeband? So gross. Ich wundere mich, ob er das Duktape in Blackwell schraubt hat. Oh, Scheiße. Kein mehr Scheiße. Soll er Musik anmachen? Every Song, die du hier im Jail hörst, wird Torture sein. Du wirst nie wieder frei sein. Ich muss jetzt grad an eine Szene aus, äh... Walking Dead denken. Frank ist nicht eine schlechte Person, aber... ... er kann nicht in Denial über die Drogen, die er gefordert hat. Haben wir noch eine Kette? Oh, Chloe. Ich werde dich... ... für das letzte Mal schrauben. Ja. Wenn das denn klappt. Es sieht, wie Jefferson eine große Sicherheitsrenovation mit Prescott-Cash planierte. Spy Guy. Äh... Straw Dogs. Heimüberwachungssystem. Sechs, äh... Schwenk-Neig. Drohnenkameras. Drei HDTV-Monitore. Mehrfach-Kontroll-Ausstattung. Gesamtpreis inklusive Steuern. 4566 Dollar. Niemand hätte sich für Nathan´s Körper mit dem. Niemand hätte sich für Nathan´s Körper mit dem. Okay, was haben wir da? Big Bus Company. Rechnung. Passagier Nathan Prescott. Ah, ja. Beschreibung in Los Angeles. EA. Nur Hinweg. 540 Dollar. Wie? 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 Hier ist noch ein Flyer, oder? Ne, die Kette war das. Ah, genau. Ich nehm die mal mit. Es gibt keinen Weg, dass ich hier deine Kette lasse. Es ist schrecklich und schrecklich. Du wirst alle gehen, Jefferson. Zu irgendwelchen mehr Shows. Vertrauen. Freiheit! Gott Gott. Dies Wind ist echt. Ich muss Robinhut finden. Ja? Robinhut. Woaren? Kannst du mich hören? Schuhe! Schuhe! Immer mind. Moment, listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Whales Diner. Pretty much trapped in here with Joyce, thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm is getting smaller. I'm kind of scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on. I told you, I, Trust Limbo, have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now. Now, God damn it. I don't like hell those classes. You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I, I just wanted to say, I'm sorry. I didn't want to hurt Kate or Rachel or, I didn't want to hurt anybody. Everybody, you're with me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Sorry. just wait for it. Wow. All this shit is coming. Thanks for that out. Mm-hmm. Bye. Bye. Musik Musik Na gut dann Ja, versuchen wir uns mal hier durchzuquetschen Hm, können wir nur irgendjemandem helfen? Musik Warten wir mal kurz Ich weiß nicht, warten wir den? Musik 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 Ich glaube, da hinten ist der Typ... Achso, Frank wahrscheinlich, oder? Ich hatte ja vorher noch, oder am Anfang ja noch gesagt, der letzten paar Folgen oder am Anfang der fünften Episode, das ist ziemlich, ja, wegen, ja, dass es bei Jefferson der Täter sein soll, aber es macht tatsächlich Sinn, es macht tatsächlich Sinn, von daher ist okay Da steht Leiche dran, der wird sich nicht mehr bewegen Musik Wie kann ich von hier raus kommen? Wenn wir es aus dieser Chloe machen können Die Great North West Autoreisen für den Oktober auf zum Drive-In Shakespeare im Wald Ich glaube, so ein Roadtrip ist auch ganz witzig Kann ich mir gut vorstellen Ja Dann lassen wir das vielleicht erst mal nicht Ich will den Fischern helfen, aber er ist in Schock und er kann mich nicht hören Das macht mich so schade Hallo, Weltspiel-Softball-Liga Okay, jep, ey Den zweiten Samstag, ja Mal zwar noch alles in Ordnung Na gut, dann, ähm, würde ich aber mal sagen Wir beenden die Folge hier Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao Ciao